Yo, what's up guys? Wir sind heute... Wo sind wir? Ich glaube in Heide Park, oder? Das Mal, wo sind wir? Heide Park. Heide Park. Wer wird schon heute in Heide Park? Edo, wo gehen wir als erstes rauf? Erstmal hier, Colossus, Scream, halt die geilsten Dinger. Ja, Mann. Wir waren hier das letzte Mal, als wir mit der Schule hier waren, mit der Klasse. Digga, das war neunte Klasse. Wie lange ist das her? Sechs Jahre. Tschüss! 30 Jahre oder so. Oh mein Gott! Wow, ich krake mindestens 60 Minuten Wartezeit. Ja, ich nehme euch gleich auf jeden Fall mit, wenn ich irgendwo drauf bin. BG. So, ich bin wieder back. Und zwar habe ich hier ein paar Berliner getroffen. Was geht ab, Jungs, alles klar? Ja! Klar. Und der Kollege hier meinte, er will spontan einen Prank drehen. Ich gebe dir einfach die Kamera. Okay, dann gehst du einfach mal zu wegen einer Person und machst bisschen Faxen, Digga. Was weiß ich nicht, das werde ich auch später selber sehen. Zeig mal, was du das mehr hast. Das ist unser! Hallo! 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 Deine Freche, ey! Das ist unser, wahr? Was ist das denn? Okay, Digga. Er hat auf jeden Fall Eier bewiesen. Killer Digi. Ja mikä, ich bin ja fertig, mach nie. Aber Nein, ich bin ja nicht merken! mounted auf jeden Fall Eier, oder? Ich habe es den Fakt! Ja, ich binном drittenなんですgewicht. Auf jeden Fall immer wieder cool, solche Typen mal hier zu treffen. Und die wollen auch Eier zeigen, ne? Aber schon gut lustig. Mal gucken, vielleicht treffen wir ja noch einige. Die machen auch irgendwelche Faxen. Wo sind Ismar und Edwin? Achso, da. Die haben Flucht genommen. Naja, bis gleich. 40 Minuten Wartezeit, eine Stunde Wartezeit geschafft. Sind wir gleich endlich, Colossus dran. Colossus wird aber killen, weißt. Cool, weißt. Oh mein Gott. Ey, wie stammt, Ismar. Wuuuuh. Schiff, 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 schiff. Woah. 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 Oh mein Gott. Woah. Oh shit, Colossus hat gekillt. Fast gestorben, Digga. Oh Mann, tot. Ich brauch erstmal auf jeden Fall Wasser. Mein Mund hat komplett Zockenbrächer. Ja, ich bin gestorben, Digga. Oh, komm. Hey, Mr. Police. Boah, Ramadan genießen. Sag mal, das ist mein Brotman. Mein Brotman. Boah. Mero am Start, der Brr am Start. Der andere Brr. Der ist echt Brr. Boah. Da steht aufstehen. Er sagt aussteigen. Oh, Wasser, Digga. Handel. Hey, hey, hey. Verpüß dich. Oh, da ist es wieder schlimm. Stell rein, Leute. Oh, Finger. Der Finger mit Stärken. Oh, Digga. Oh mein Gott. 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 Okay, jetzt ist nichts passiert. Na, watch me whip. Oh, voll gefasst. Merkt wieder. Am Handy. Wie immer. Immer die Jugend heutzutage, Digga. Das ist auch im Vlog, du Spasti, Digga. Mach mal jetzt die Kamera weg, Mann. Halt mal deinen Maul, Digga. Sprich mal hier runter, Digga. Gut. Aha, jetzt hüpft ihr am Arsch. Guck jetzt. Cool. 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 Wieso drehen wir uns die ganze Zeit? Wir haben ein bisschen Atmosphäre, weißt? Wir werden sehkrank. Wir werden sehkrank gleich. Ah, wo? Boah, Digga. Karma, Digga. Oh, Michel, hoffentlich bekommst du gleich eine Dusche dran. Oh, das war's. Oh, das war's. Christoph,iger Danke. Ich glaube, ich habe es in deinen K uniquen. Scheiße, der Fiss hat mich überholt. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Edo und die Mädels auch am Start. Oh, wir sind extrem tot, das war anstrengend, das war heiß, wir sind braun geworden. Heidepark kann ich einfach empfehlen, falls ihr mal Langeweile habt mit Kollegen und so. Jungs, habt ihr Bock, oder was? Nein, Mann, nee. Spaß. Ja, Mann, ich würde sagen, falls ihr was gefallen hat und ihr Bock auf weitere Kurztrips und was weiß ich habt, ist ein Darm hoch da. Wir sehen uns einfach die Tage wieder. Hott rein. Wines7 schreibt, welches Auto hat Mert? Ah, das habe ich, das, die Frage wirkt, das höre ich einfach überall. Ich hatte ja ein Video gemacht mit meiner Schwester, Raystart, blende ich jetzt nochmal kurz ein, könnt ihr abchecken. Und zwar kam danach die Frage, was für ein Auto ich fahre. Ja, ich habe mir ein Auto geholt. was. Vielen Dank.